Was ist Education 4.0? Also Education 4.0 ist mehr wie nur eine Dreh- und Fräsmaschine. Education 4.0 ist ein Ausbildungskonzept, das in der gewerblich-technischen Ausbildung fürs Drehen und fürs Fräsen geeignet ist. Das auch Anleihen von den großen Tech-Konzernen wie Apple oder Google hergenommen hat, zum Thema Virtualisierung von Inhalten, Virtualisierung von Wissen, Darstellung von Wissen und vor allem auch die Möglichkeit, das Wissen jederzeit zur Verfügung zu stellen. Dies hat uns, auch wenn Corona für uns alle sehr große Einschränkungen gebracht hat, hat es für uns den Vorteil gebracht, dass wir durch Corona einfach einen Schub bekommen haben, dass wir Wissen jederzeit und an jedem Ort zugänglich machen wollten. Und dadurch ist auch unsere Landplattform Education 4.0 entstanden, die wiederum eine Bereicherung für das ganze Thema Drehen und Fräsen und Ausbildung an der Dreh- und Fräsmaschine darstellt. Was wir auch von unserer Kundenschutz-Rückmeldung bekommen haben, dass es eigentlich dieses kleine Quäntchen ist, was dieses Produkt nach hinten herum abrundet. Zusätzlich muss man auch anfügen, haben wir bewusst bei unserem Projekt Education 4.0 keine Anleihen beim Mitbewerb genommen. Wir haben uns tatsächlich allgemein umgeschaut, was ist denn zurzeit im Trend und womit wird zurzeit Wissen generiert. Und da kamen uns so schöne kleine Plattformen wie zum Beispiel der SimpleClub auch zugute, der das Thema Schul- und hochschulisches Wissen in kleine, ein- bis dreiminütige Videoclips auf Plattformen stellt. Das ist sehr modern und innovativ. Auch das haben wir uns als Vorbild genommen. Genauso aber auch wie zum Beispiel von der Firma Google das Google Education oder Google Classroom. Google Classroom ist ein System zur Virtualisierung von Inhalten, die auch wiederum über die Plattformen jederzeit zugänglich sind. Und das war eigentlich für uns so der ausschlaggebende Treibe für unsere Education 4.0 und weniger der Blick auf den direkten Mitbewerb.